hallo herzlich willkommen meine lieben freunde zu einem kleinen info video und zwar geht es heute um den senderplatz von 8 uhr das sollte eigentlich eine folge youtube made chicken horse kommen ultimate chicken horse zusammen mit dem philipp und die folge ist leider nichts geworden bei mir mir ist aufgefallen bei der aufnahmesession das leider die aufnahme nicht gestartet hat das war aber ein fehler von mir ich habe im vollbild gestartet und habe dann einfach auf die aufnahme aufnahme taste gedrückt und das war mein fehler ich hatte das minimieren müssen dann die aufnahme drücken dann maximieren und dann los spielen leider ist nichts geworden beim philipp gibt es die folge heute wann es müsste eigentlich gegen nachmittag sein also nachmittag ich glaube gegen 14 bis 18 uhr und der spannende müsste es ungefähr kommen ich habe euch den link auf jeden fall mal die video beschreibung gepackt wenn er nicht drin steht und seitens böse da habe ich bis dorthin noch nicht bekommen von ihm ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm ich verlinke euch trotzdem am ende des videos hier mal den channel oder er geht oben rechts mal auf die info card da ist ein channel verlinkt so mein lieben freunde das war es von mir ich lasse das musikstück noch zeit gelaufen wirklich noch mutter schönen tag oder muss dazu sagen dass jetzt den dienstag erst mal auf den senderplatz youtube mit schicken aus let's play together mit dem philips zusammenkommen jeden dienstag auf dem südölzmerheinischen fernsehen und auf philips schaltet also ein das ist Das war's für heute. 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 Das war's für heute.